Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim, unser Gott. Halleluja! Joshua, danke für diesen Moment, danke für dein Wort und danke für alles, was du in unserem Leben tust. Danke, Herr. Amen. Amen. So, ich möchte heute etwas mit euch teilen, uns alle zusammen ermutigen, mit dem Herrn weiterzugehen. Wir waren letzte Woche in Stuttgart, hatten wir ein Gebetstreffen dort und der Herr hatte uns auch dort richtig ermutigt, weiter mit ihm zu gehen. Und auch das Mitgefühl zu zeigen. Halleluja! So, und ich möchte gern auch in diese Richtung was geben. Und ich hatte gesagt, dass der Herr uns berufen hatte, sein Wort weiterzugeben. Und es geht um alle Christen, nicht nur wir, aber alle Christen in dieser Welt. Er sagt sogar, geht in alle Nationen und verkündet das Evangelium. Und diese Botschaft, er hatte das an seine Jünger gegeben, also gesagt, und er sagt uns das immer noch heute. Halleluja! Also ich sagte, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, zurück zum Wort, heißt einfach, dass wir zu Joshua umkehren müssen. Weil Joshua Maschia, Jesus Christus, unser Herr und unser Retter ist. Aber wenn wir die Welt also heute sehen, man sieht also, dass viele Menschen, dass die Menschen nicht auf Joshua schauen, nicht, also dass Joshua nicht unbedingt die Lösung ist, aber ich möchte euch alle sagen, alle ermutigen, möchte euch also sagen, dass Joshua Maschia, unser, also die Lösung für alle, alles, 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 was wir auf dieser Erde erleben. Halleluja! Joshua gibt, also er ist unser Retter, er rettet uns also von der Sünde. Joshua Maschia ist, also er schenkt uns also ewiges Leben. Und Joshua allein ist die Lösung. Aber das Problem ist also, dass die Menschen, die Menschen schauen auf, warten auf andere Menschen, schauen auf bestimmte Konfessionen, schauen auf bestimmte Organisationen oder bestimmte Menschen, Menschen, die warten auf Menschen, damit diese Menschen, also die Lösung, also denken, dass die Menschen, die, 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 die Regierung und, 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 die Lösung, die Lösungen sind. Aber Joshua, Jesus Christus allein ist die Lösung. Halleluja! Ich möchte was also mit euch teilen, das ist also in der Bibel, in, in, der Herr hat mich was nochmal gezeigt, das ist in Lukas, Lukas Kapitel, Kapitel 18, Lukas Kapitel 18, ab Vers, also Vers, äh, Vers 1, Wir können also erstmal Vers 1 lesen, aber die Geschichte, und hier steht, also Lukas Kapitel 18, Vers 1, da steht, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Okay, und dann fängt also Vers 2, und dann hat Jesus also ein Zeugnis gegeben, also ein Gleichnis gegeben, was sage ich da. Also, Jesus hat ein Gleichnis, also eine Lehre, also Lehre von, von Kapitel, äh, von Vers 1, also ich glaube, ganze Kapitel 18, sagt uns Jesus, er sagt also, dass wir unermüdlich, er lehrt uns also unermüdlich zu beten, also das heißt, ohne aufzugeben, dass wir nicht aufgeben, zu beten, dass wir nicht aufgeben, zu ihm zu kommen, dass wir nicht aufgeben, zu ihm zu schreien. Alleluja! Weil, wenn die Leute beten und merken, dass es nicht passiert, oder, oder beten, also kurz und, 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 ähm, ja, dann geben sie ihn mal auf. Die hören einfach auf zu schreien, die hören einfach auf, also zum Herrn zu gehen oder zu beten. Und, und, und was wir, also was wir hier lernen müssen, oder was wir hier lernen sollen, ist, ist, Joshua, Jesus Christus sagt, wir sollen beten. Eine Gemeinde, die nicht betet, kriegt nichts. Ich hatte das also in Stuttgart gesagt, also aus nichts kommt nichts. Also, man kann doch nicht, äh, hier sitzen, einfach so und, und nicht mit dem Herrn reden, nicht zum Herrn schreien, nicht, nicht, also glauben, und, 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 und. Der Herr sagt, also wir sollen unermüdlich, also wir dürfen, wir sollen nicht, also aufgeben. Alleluja! Nicht, weil, also bestimmte Sachen, also in deiner Gemeinde, oder in deiner Gruppe, oder, oder in deinem Leben, ähm, äh, äh, sich nicht, äh, verwirklichen haben, oder nicht, äh, zustande gekommen sind, du schreit, du betest, du betest, du betest, und dann wirst du also aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Joshua, Maschia, Jesus Christus, selber, Jesus Christus selber, hat Lehre gegeben, damit die Menschen nicht aufhören zu beten. Alleluja! Alleluja! Und dann hat er also verschiedene Gleichnisse gegeben, damit die Menschen, damit diese, äh, damit wir nicht aufgeben, zu beten. Aber, ich möchte, ich nehme also einfach, die, er hat die Lehre gegeben, aber ganz unten, wenn man also in, in Vers, ab Vers 35 geht, also es geht um diese, äh, äh, ein blinder Wittgerheit. Halleluja! Liebe Geschwister, in dieser Geschichte gibt es wahnsinnig viel zu lernen, wahnsinnig viel von Joshua, Maschia, Haltung, und, äh, also zu, zu, zu lernen, zu erfahren. Ich lese also ab Vers 35. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und betelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Also, der, dieser Typ, dieser Mensch ist ja so blind, er sieht nicht, aber er hörte bloß, er hat bloß gehört, er hat einen Lärm gehört, er hat bloß gehört, ah, da läuft etwas vorbei, da passiert irgendwas, es passiert gerade etwas, er hat etwas gehört. Und dann fragte er, wer ist denn, wer ist denn da? Und dann haben sie gesagt, Jesus aus Nazareth kommt vorbei, er geht gerade vorbei. Jesus geht gerade vorbei. Und was ist passiert? Als er das hörte, schrie er laut. Er hat das gehört. Er hat gehört, dass Joshua da war. Aber Joshua ist nicht, also er hat nicht gestoppt. Joshua ist vorbeigegangen. Und der Blinde schrie laut. Die Bibel sagt, also als er das hörte, schrie er laut. Jesus, du Sohn David, hab erbarmen mit mir. Halleluja. Halleluja. Der Blinde schrie laut, hab erbarmen mit mir. Was bedeutet er so erbarmen? Was bedeutet erbarmen? Ich hatte also diese Frage auch in Stuttgart gestellt. Was erbar, was bedeutet erbarmen? Erbarmen bedeutet auch, hab Gnade mit mir. Erbarmen bedeutet, erbarmen bedeutet, erbarmen bedeutet, erbarmen oder es ist einfach jemandem, also jemandem aus Mitleid helfen. Bitte hilf mir aus Mitleid. Halleluja. Oder, oder es hat darauf, also eine des Synonyms von erbarmen, ist auch, Mitgefühl zeigen. Bitte zeigt dein Mitgefühl. Bitte. Bitte. Hilf mir. Aber mit Mitleid. Hab Mitleid mit mir. Gnade mit mir. In meiner Situation, ich weiß, also für diese Blinde zum Beispiel, wir wissen nicht, also wie er blind geworden ist. Aber er war schon lange da drin. Und er sagte, Jesus, du Sohn David, du Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Geh bitte nicht so vorbei. Lass mich nicht, also in dieser Situation, bitte hilf mir. Und das, diese, diese, diese Blinde hatte wahrscheinlich nicht, also die, die Lehre, die, die Lehre, also am Anfang von, von, von Kapitel 18, also gehört, betet nicht ohne, betet ohne Unterlass, betet ohne ermöglicht zu sein, betet, betet und betet, aber für ihn, kam das also direkt aus seinem Herz. Es kam einfach aus seinem Leid. Es kam einfach aus seiner, seine Situation, er kannte seine Situation. Es war so hart für ihn. Und er schrie laut. wie viele von uns, wie viele Leute schreien laut zum Herrn, vom ganzen Herz, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb, und hier in Vers, in Vers 40, also, erst mal, also in Vers 37, einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth, komm vorbei. 38, als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn, Sohn David, habe Barmen mit mir. Und Vers 39, die Leute, die der Menschenmenge voraus liefen, fuhren ihn an, er sollte still sein. Also, da gab es also ein paar Leute, die, er war hinten, aber da gab es Leute davor. Und die Leute haben gesagt, sei still. Halt deinen Mund. Du stört uns, also mit deinen Geschreien und so. Aber er schrie nun noch lauter, sagt die Bibel. Halleluja. Er hat sich nicht, die Leute wollten ihn mal so einfach abhalten, da so weiter zu schreien. Die sagten, sei still. Diese Menschen, haben sie überhaupt erkannt, dass dieser Typ also blind war? Doch, die wussten, er ist blind. Die haben seine Situation gekannt, aber die wussten selber nicht, wie schwer das ist, also blind zu sein. Wie hart das ist, nur der Blinde. hatte, kannte seine Situation, wie hart das Leiden. Liebe Geschwister, es gibt Leute, es gibt Menschen, die werden uns also stoppen. Die werden dich also stoppen, zum Herrn zu schreien, weil sie davor sind. Die geben aus, also den Herrn besser kennenzulernen. Die geben an, also dass sie vielleicht, die sind vorne, die sind näher vielleicht, also vom Herrn, aber nein, 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 lass dich nicht also aufhalten. Lass dich nicht, lass dich nicht also stoppen. Die Situation, alles was wir erleben, die Sachen, die um uns sind, die können uns einfach, also die können, die können uns also bringen, dass wir nicht zum Herrn schreien. Aber der Blinde schrie nur noch lauter. Du, Sohn, Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Er wiederholt das nochmal. Hab Erbarme mit mir. Bitte, hab Gnade mit mir. Ich weiß, ich hab das überhaupt nicht verdient, zu dir zu kommen. Ich hab überhaupt nicht verdient, zu dir zu kommen. Aber bitte, zeig mir Gnade. Ich will gerettet werden. Und der Blinde hatte erkannt, dass nur Jesus, nur Joshua, Maschia, ihm helfen konnte. Nur Joshua. Er wusste ganz genau, dass die Menschen, diese Menschenmenge, und, 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 die haben ihm sogar aufgehalten. Diese Menschen könnten ihm nicht helfen. Halleluja. Jesus blieb stehen, sagt die Bibel in Vers 40. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Halleluja. Halleluja. Liebe Geschwister. Sogar, ich gehe mal so, Vers 40. Jesus blieb stehen. Warum ist Jesus da so stehen geblieben? Wegen dieser Schrei. Dieser tiefe Schrei. Er hat so laut geschrien. Er hatte zuerst, also am Anfang, er hatte einmal, also ganz am Anfang geschrien. Jesus ist weitergegangen. Aber als die Menschen, diese Menschenmenge, die Menschenmenge sagte, sei still. Was ist also mit ihm passiert? Er hat nicht aufgehört. Genau was unser Herr in Vers 1 von diesem Kapitel sagte. Unermüdlich zu beten, nicht aufgeben. Er hat nicht aufgegeben. Er hat weiter, sogar noch lauter geschrien. Am Anfang hat er bloß geschrien. Habe Babel mit mir. Habe Babel mit mir. Die Menschen wollten ihn mal so stoppen. Und dann ist er noch lauter geworden. Wie laut bist du? Wie laut bist du zum Herrn? Wie laut schreist du zum Herrn? Dieser tiefe Schrei aus deinem Herz, das zeigt genau deine Situation, wie schwer das ist, also für dich. Wie laut bist du? Hast du bis jetzt geschrien? Ob das also für deine eigene Situation oder ob das also für deine Stadt, für deine Familie, für Deutschland, für die Nationen. Wie schreist du zum Herrn? Wie schreist du für die Menschen? Wie schreist du für deine Situation? Halleluja. Als diese nahe herangekommen waren, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Ach, Halleluja. Oh, Joshua, Mashiach. Jesus kannte seine Situation. Jesus wusste, wer diese Person war. Jesus wusste ganz genau. Aber Jesus hat ihm trotzdem die Frage gestellt, was soll ich für dich tun? Er wollte das also von sein, er wollte das also von ihm hören, weil die ganze Zeit hat er bloß gesagt, habe Barme mit mir, habe Barme mit mir, habe Barme mit mir. Aber jetzt sagte Jesus, okay, er Barme mit dir, bedeutet einfach, okay, ich zeige dir Gnade, ich zeige dir also mein Mitgefühl, aber was willst du von mir? Was soll ich denn für dich tun? Joshua Mashiach wollte, dass er seine Situation, seine Situation einfach ausspricht. Er fleht, die Bibel sagt, Herr flehte ihn der Blinde an. Der Blinde hat also erstmal Joshua Mashiach als Herr, als Herr, als Herr gezeigt. Also er hat erkannt, dass Joshua der Herr ist. Ist Joshua der Herr in deinem Leben? Ist Joshua der Herr? Und dann flehte ihn der Blinde, Blinde an. Er hat ihn angefliegt. Ich möchte sehen können. Halleluja. Genau. Der Blinde sagte, ich will, ich möchte sehen. Und ich weiß, dass du, Joshua Mashiach, der Herr, du kannst mich befreien. Du kannst mich heilen. Halleluja. Halleluja. Er sagte, du kannst mich also heilen. Und dann geht es weiter. Dein Glaube hat dich geheilt. Also, Vers 42, du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagte, du sollst, du sollst sehen können. Aber dann sagte er, dein Glaube hat dich geheilt. Als ob Jesus einfach sagen wollte, ich habe dich nicht geheilt, sondern deine Glaube. Dein Glaube hat dich geheilt. Also, ich bin nicht, dein Glaube hat dich geheilt. Aber Glaube, dein Glaube, wenn er sagt, also dein Glaube hat dich geheilt, diese Blinde hatte an Jesus geglaubt. Er hatte an Jesus geglaubt. Er wusste, dass Joshua Mashiach, der Herr, der Retter, der Retter ihn heilen konnte. Das war in seinem Kopf. Das war in seinem Herz. Deswegen schrie er, Joshua, Sohn David, hab erbarmen mit mir. Hab erbarmen mit mir. Im selben Augenblick, also in Vers 43, im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er wurde geheilt. Halleluja. Er wurde geheilt. Wir sagen die ganze Zeit, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Mashiach. Zurück zu Jesus. Er ist nicht, also zu irgendwelchen Menschen gegangen. Er ist nicht, also zu, wie sagt man das, zu irgendwelche Kirche oder irgendwelche Konfektionen oder keine Ahnung, Gruppe oder sowas. Nein. Er hat zu Joshua Mashiach geschrien. Herr, hab erbarmen mit mir. Zeig mir bitte dein Mitgefühl. Hilf mir. Heile mich. Halleluja. Aber was wir, wir Kinder des Herrn, wir Christen, was wir tun sollen, es ist genau, was wir, was also am Anfang dieser Geschichte passiert ist. Guck mal, ich gehe mal zurück, also was der Herr mir gezeigt hatte, als ich diese Geschichte gelesen hatte. Es steht hier, also Vers 35, Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und betete. Liebe Geschwister, liest mal Vers 36. Er hörte den Lärm, er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach. Diese Blinde musste einen Lärm hören. Wer hatte überhaupt diesen Lärm gemacht? Wer hatte überhaupt diesen Lärm gemacht? Das sind Menschen, die Joshua folgen. Halleluja. 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 Also wir, die Christen, Christen sind Nachfolger Joshua, Maschia. Die Christen sind die Menschen, die Joshua folgen. Wenn die Christen keinen Lärm machen, die Blinde werden nicht hören, dass Joshua, Maschia vorbeigeht. Halleluja. 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 Oh, danke Joshua. Danke. Du öffnest uns also die Augen, Joshua, Maschia. Er hörte den Lärm. Dieser Lärm wurde von vorbeiziehenden Menge. Die Menschen, die Joshua gefolgt hatten, die mit Joshua gegangen sind, die haben das gehört. Die haben also einen Lärm gemacht. Welches Lärm machen wir überhaupt hier in Deutschland? Wie laut schreien wir für Joshua, Maschia? Wir bleiben bloß in unseren Häusern, in unserer Familie. Wir bleiben so und wir schreien nicht, dass Joshua, Maschia kommt, dass Joshua gerade vorbeigeht. Wie können die Leute zu Joshua schreien, wenn niemand das Wort predigt? Wie? Wie können die Menschen hören? Ach, liebe Geschwister, liebe Geschwister, wir müssen diesen Lärm machen, dass Joshua der Herr ist, dass Joshua gerade, dass Joshua kommt, dass Joshua der Heiler ist und so werden die Menschen, die blind sind, die, die in der Sünde leben, die, die nicht von Joshua gehört haben, die, 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 die Hilfe brauchen, die werden zu Joshua gehen und guckt mal also, was, was die Menschen machen, was, was die Christen normalerweise tun sollen. Die Christen sollen also diese, dieses Lärm machen, damit die Blinde hören können. Halleluja! Und, und dann Vers 37, einige riefen ihm zu. Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Wer die, die Menschen, die Menschen haben diese Blinde gesagt, hallo, Jesus kommt vorbei, er geht gerade vorbei. Wir sind, wir die Christen, das ist unser Job. Unser Job zu sagen, hey, Joshua geht vorbei, geht zu ihm. Deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Das ist unsere Arbeit, das ist, was wir tun sollen. Die Menschen Joshua zeigen, sogar Johannes der Teufel hatte das Auge gesagt, schau, das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, die Sünde der Menschen, die Sünde dieser Welt nimmt, Halleluja. Er hat den Menschen gesagt, folgt mir nicht, folgt Joshua Maschia, folgt ihm, das ist das Lamm Gottes, das ist genau, was wir tun sollen, das ist genau, was wir tun müssen. das Lärm, das Schreien, damit die Blinde auch hören, Joshua ist da, Joshua geht vorbei, Joshua geht vorbei, und als der Blinde es hörte, er schrie laut, Halleluja. Aber es werden immer, es werden immer Menschen, Menschen in unserer Mitte, die versuchen, die anderen zu unterdrücken, schrei nicht, sei still, Ruhe, Ruhe, die sind immer in dieser Menge, immer in dieser Menge, die Leute, die genau, die Blinde sagen, schrei nicht, Ruhe, sind die, die meistens auch unter den Christen sind, die falschen Christen, die falschen Kinder des Herrn, die sagen, sei still, schrei nicht, und nun stoppen, und verhindern, dass die Leute zu Joshua gehen. diese zwei Gruppen sind immer dabei und folgen alle, und geben an, und folgen alle Joshua Maschia. Aber es gibt die, die mit Joshua, die folgen, die sagen, die folgen Joshua, aber ihre Arbeit ist einfach, die anderen zu stoppen, zu sagen, sei still, schrei nicht. Das ist also, was der Herr mir aus der Geschichte noch gezeigt hatte, Halleluja. weiter im Vers, also im Vers 43. Im Vers 43 steht, im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Halleluja, er wurde geheilt. Joshua Maschia sagte, dein Glaube hat dich geheilt, weil er einfach nicht oft gegeben hatte, weil er einfach nicht oft gehört hatte, weil er einfach nicht auf die Menge, auf die Menschen geschaut hatte. Er wusste, er hatte gelernt, dass Joshua der Herr ist, dass Joshua allein, dass er nur Joshua erheben sollte. Halleluja. Und nicht die Menschen, nicht die Menschenmenge, nicht mal die Leute, die ihm gesagt hatten, er ist hier, nicht mal die, die das Lärm gemacht hatten. Nein, er hat zu Joshua geschrien, er ist lauter, sogar lauter geworden. Und dann sagte Joshua, dein Glaube hat dich geheilt. Halleluja. Halleluja. Und Vers, hier in Vers 43, im selben Augenblick, konnte der Blinde sehen. Punkt. Und dann guck mal, guck mal, was passiert. Er folgte Jesus. Er folgte Jesus und lobte Gott. Halleluja. Oh, Joshua, Halleluja. Er hat nicht die Menschen gefolgt. Er hat nicht die Menschen, die das Lärm gemacht hatten, gefolgt. Er hat nicht diese Menschenmenge gefolgt. Er hat keine Konfession gefolgt. Er hat keine, wie sagt man das, er hat keine Organisation gefolgt, keinen Verein gefolgt, keine Gebetsgruppe gefolgt. Nein, er folgte Jesus Christus, Joshua Maschia und lobte Gott. Halleluja. Halleluja. Das ist also, was wir hier sagen. Das ist, was wir hier sagen. Halleluja. Wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Die Stunde der Wahrheit geht es, dass die Menschen die Wahrheit aus der Bibel erfahren. Die Wahrheit aus der Bibel, damit sie auch diese Wahrheit weitergeben. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch freimachen. Halleluja. Wir sagen, zurück zum Wort. Das ist unser Geschrei. Das ist unser Geschrei. Wir schreien, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, damit die Menschen zu Joshua allein gehen. Halleluja. 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 Und noch etwas. Am Ende dieser Geschichte und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Halleluja. Die haben der Herr Joshua Maschia alle zusammen gelobt. Halleluja. Und das ist es. Das ist das Ziel, dass Joshua gelobt wird. Halleluja. Durch seine Werke, durch alles, was er tut. Halleluja. Und so machen wir so viel Lärm, damit noch mehr Blinde kommen, damit noch mehr Menschen hören von Joshua Maschia, was er tut. Was hat Joshua in deinem Leben getan? Was hat er in deinem getan? Wieso willst du das nicht weitergeben? Wieso willst du keinen Lärm damit machen? Wieso behältst du das Wort nur für dich? Sogar diese Lehre, die wir hier geben, zurück zum Wort Seite machen, geben. Du beästest das nur für dich. Du gibst es nicht weiter. Das ist nur für dich. Schöne Predigt. Mein Bruder, meine Schwester, die Zeit ist gekommen, dass wir Lärm in Deutschland machen. Wir müssen Lärm damit die Leute hören, was der Herr tut. Wieso wirst du die ganze Lehre, diese ganze Zeugnisse, diese ganzen Sachen, die du nur für dich. Du wirst sagen, wow, das ist wirklich toll, schöne Predigt, und, 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 aber du beästest das für dich, du machst keinen Lärm damit. Kein Lärm. Kein Lärm. Wie werden die Blinde von Joshua hören, von uns hören? Die Zeit ist gekommen. Wir sind so in unserer schönen Ecke kuschelnd, kuschelnd, Sofa gesessen, und, 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 aber es gibt viele Menschen, die heute nicht mal von Joshua hören. Blinde folgen Blinde. Wenn Blinde folgen, die werden alle in der gleiche Grube fallen. Aber wenn Blinde hören, dass Joshua Maschia vorbeigeht, Halleluja, Halleluja, wenn du anfängst zu sagen, was Joshua in deinem Leben getan hat, wenn du anfängst zu geben, was Joshua dir gegeben hat, wenn du anfängst zu teilen, was du für Joshua bekommen hast, so zeigst du dein Mitgefühl, dein Mitgefühl für die Menschen, dein Mitgefühl für deine Familienmitglieder, für deine Freunde, für deine Bekanntschaft, für die Menschen hier in dieser Welt, Halleluja, du bist nicht umsonst da, liebe Geschwister, wir sind nicht umsonst da, wir sind da, damit die Menschen, um Lärm zu machen, damit die Menschen von Joshua Maschia erfahren, Halleluja, zurück zum Wort, zurück zu Joshua, wenn du zu Joshua gehst, dann schrei, schrei, dass Joshua gerade vorbeigeht, er geht gerade vorbei, und die Blinde müssen auch hören, dass er allein der Retter ist, die Blinde sollen auch kommen und sagen, Herr, hab erbarmen mit mir, Jesus, Sohn David, hab erbarmen mit mir, Halleluja, oh Joshua Maschia, oh ich danke Joshua, Herr, ich bete für die Gemeinde in Deutschland, ich bete für die Gemeinde in den Nationen, damit deine Kinder aufstehen, damit deine Kinder Lärm machen, damit die Blinde hören, dass du vorbeigehst, Halleluja, wir können doch nicht immer sagen, dass Joshua mit uns ist, und wir machen keinen Lärm, Lärm, als der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 auf die Jünger gekommen ist, die sind rausgegangen, die haben ein größeres Lärm gemacht, und die Leute sind gekommen und sagten, was ist das überhaupt, was passiert gerade, und so wurde das Wort weitergegeben, und so viele Leute haben ihr Leben Joshua Maschia an dem Tag gegeben, ha Re Kaba Sakkari and ha Joshua, Joshua Maschia, Joshua ruft seine Gemeinde in Deutschland, Joshua ruft seine Gemeinde in Deutschland aufzustehen, die Zeit ist gekommen, die Zeit ist gekommen, steh auf, steh auf, schrei, schrei zu Joshua, schrei zu Joshua Maschia, er allein, er allein wird uns also retten, nicht aufgeben, gebt einfach nicht auf, zum Herrn zu schreien, schreien wie zu Joshua Maschia, unermüdlich, ohne aufzugeben, ohne Unterlass, damit Joshua Maschia in diesem Land, in unserer Familie, überall in den Nationen wird, Halleluja, Joshua kommt, er kommt zurück, er kommt zurück, also, wir sollen zurück zu Joshua Maschia, Halleluja, danke Herr.